Hallo liebe Samba-Freunde! Nächstes Video zur Borsa-Klave für unseren Saskara Teil B von Logo Tucano. Ich mache es jetzt ein kleines bisschen schneller. Wir gehen jetzt auf 90. Geschwindigkeit ist diese. Ich klicke euch die Borsa-Klave im Partakt der Achtung. Eins, zwei, drei und... Sehr schön. Wenn wir sechs Tätel spielen im Trade System, jetzt zeige ich euch mal, wohin die ganzen Bits fallen. Achtung! Eins, zwei, drei, auf! Rechts, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links. Ich fange jetzt mal an. Zwei Takte, Sechzehntel, unbetont. Und dann spiele ich ein paar Takte für euch die Borsa-Klave zu. Unbetontes Sechzehntel. Zwei Takte. Ich mache es auch Eier. Und dann steif. Ich mache es schon wieder. Ich mache es schon immer sicher. Ich mache es schon 모르aks. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vier Takte. Jetzt. Vier Takte. Vier Takte. Drei. Vier. So viel zu unserer Bossa Cloud Hotel B in 90 zum Mitüben. Viel Spaß bei euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Hans.